Was für ein schöner Radweg! Mitten durch Naturschutzgebiet. Füll mal meine Schuhe. Ich habe drei Tage gefroren und endlich habe ich neue Schuhe. Der erste Tag warme Füße. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist gerade der vierte Tag von Rafer 500. Habt viel Spaß beim Schauen. Denkt an, auf jeden Fall ein Like da zu lassen. Jetzt filmen wir mal den, der hier die ganzen Tage nur gefilmt hat. Leute, endlich bin ich in ganz Knopper voll zu sehen. Voller Pracht. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, dass ich nur bis Oberkörper existiere. Aber ich habe auch noch Beine. Was für welche Ansichtssache würde ich sagen. Wir fahren hier wieder in Brandenburg auf richtig schönen Waldwegen. Alles asphaltiert. Gestern war Sonntag. Da haben wir einen Urtag eingelegt. Sind gar nicht gefahren. Seid ihr gerne dabei. Guckt euch gerne die Videos an. Gebt uns gerne ein Feedback. Achtung! Achtung! Was für ein schöner Radweg. Mitten durch das Naturschutzgebiet. Die Jungs geben Gas. Guckt mal wie viele Kilometer wir haben. 55 Kilometer. Beplant zu 110. Sieht gut aus bis jetzt. Och ich bin Luis. E deben es zu reserves. Es wird deinen Geraden leben. Ah! 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 Bis zum nächsten Mal. Geile, schöne Tour. Die werden wir auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung auf Komoot verlinken. Fahrt die gerne nach und morgen gehen wir mal in den Wald. Morgen geht es bei uns in den Wald. Daher muss ich mein Fahrrad-Laufradsatz tauschen. Endlich weg von der Straße. 120 Kilometer sind es heute geworden. Schönen Tag. Tschüss. 500 Kilometer ist eine kleine Wart-Laufläge. Ein Wart-Laufläge. 1-J台aus-Laufläge. 1-J台aus-Laufläge.